Yo, was geht? Hier ist wieder LolaLux Gaming und heute zeigen wir wieder Clash Royale. Ich bin voll weit geworden. Ich habe jetzt die Truppen, da waren Bogenschüssen Level 4, die anderen Level 2 und Kanone Level 2, Bogenschüssen Turm Level 2, alles free to play. Und in fast 500 Pokalen. Und ja, bei dem anderen Dorf habe ich gestern ein paar Kämpfe gemacht. Und ich zeig euch mal. Ich habe riesen Loot bekommen. Einmal, also gestern habe ich die vier Angriffe gemacht. Und ich habe einfach so geiles Loot gefunden. Seht es euch an. Das ist doch schön, oder? Aber ich brauche eigentlich nur dunkles Elixier. Wegen der Warnkönig. Sonst habe ich alles maxed. Gold und dunkles Elixierbruch. Und ja. Ich brauche nur noch Mauern machen. Auf Level 8. Und nur noch ein paar Bankkönig auf Level 10. Und dann bin ich maxed. Endlich. Und ja. Ich werde mir mal ein paar Kämpfe machen. Erstmal grade mir was ab. Ich grade... Og ich bleibe mal auf. Ich mache erstmal zwei Kämpfe. Und dann seh ich mal weiter. Also... Der hat... Der hat... und, ja, bleib mit jemandem, ich tu immer einen riesen setzen und dann die Lakaien und dann ohne, der den Tester auch, shit, schnell den Tester auch kaputt machen, ja, ich glaub das gewinnen wir, wenn die Lakaien überleben, dann haben wir das gewonnen, ja, jetzt haben wir gewonnen, 100%, easy, easy, aber es dauert immer, voll lange, bis man, das jetzt alles kaputt macht, und, ja, aber, das ist nicht schlimm, ich hoffe der Gegner schafft unter 100%, das wäre schon nice, also, ja, das war richtig nice, und, ja, morgen kommt der so, ja, könnt ihr euch freuen, und, ja, und bald hole ich die Juwelen, ja, wie hier heißt, Yo, 0%, oh mein Gott, hey, wie 0%, ich muss anschauen, oh mein Gott, 0%, wie kann man 0% bekommen, oh mein Gott, das erste Mal, dass einer 100% geschafft hat, Props an dich, und, ja, die Juwelen mir kostet 120.000, und ich hab bald 120.000, ja, und die Juwelen sind free to play, deswegen hab ich, ich will nicht so ausgeben, ich weiß, bei 1000, äh, juwelen tue ich so ein special machen, man gibt ja alles aus, ähm, wo er hat, wo er halt keine Augen wie die heißt, aber das ist jetzt so, oh nein, warum hab ich hier Latein gesetzt, äh ja, ja, ich kann nicht, ich kann die Ende sehen, ich weiß nicht, ich weiß nicht so gut, aber die Riesen machen voll gut schaden, 5 Minuten geht das ok ich werde das Upgrade Alexios haben Alexios Lager gebaut und bei den Dwarfs haben wir Alexios Lager gebaut so könnten wir einen Angriff machen wir suchen jetzt ein nicht viel Loot zeig euch mal wie schnell das geht bei der Loot es geht wirklich nicht es dauert nicht lang bis man einen einen gefunden hat ja genau so einen das dauert gar nicht lang und noch immer erstmal immer Bauhütten weg machen viel mehr Prozent dann mache ich so Krisen so Absenkungen und verbahnen Bogenschützen nach hinten hier auch so hier und dann verbahnen Bogenschützen und ja so hier bekommen glaube ich alles und dann gerade immer von also dann gerade immer an so Barbarian und Bogenschütze und King und und dann bekomme ich meistens zwei Sterne oder drei Sterne sogar aber bei dem bekomme ich nur einen Stern glaube ich mal glaube ich weiß ich nicht aber glaube ich weiß ich nicht aber glaube ich bei so einer Rage und ich glaube ich bekomme noch das Rathaus ah ne doch nicht aber den Elixier haben wir bekommen jetzt ich brauche eigentlich gar kein Elixier weil ich nichts mit Elixier anfangen kann aber das war ein guter Loot und ja greife ich mir gleich nochmal an oh D-Base ist tricky D-Base oh ja viel dunkles ja D-Base greife ich mir an erst mal und dann greife ich mir von der Seite an und dann greife ich mir von der Seite an und erst mal paar paar Gebäude weg machen erst nicht außen rumlaufen und ja die Mauerbrecher setzen dann schaut das auf fangen wir mit Riesen an Abbarren Mauerbrecher Dome 17 Heilserver und Rage und jetzt gehts World Up ich glaube ich glaube ich bekomme sogar 100% glaube ich aber ich glaube das wird nur 2 Sterne aber ich brauche eigentlich keine Pokale von dem her das ist etwas nicht schlimm das Rathaus bekommen hier und ja dauert ein bisschen bis wir das Rathaus bekommen die Riesen laufen zur Luftabwehr mit den goldenen Fäusten sieht voll geil aus sieht voll geil aus aber egal wen wen ich angreife keiner hat kleinen Burgtruppen das ist so geil kann man einfach alle Truppen setzen und braucht kein Gift das ist nice das Rathaus bekommen wir noch wo hat die wie heißt das die Minenwerfer haben die Bunkschissen auch gerade zerstellt aber die Riesenbombe war jetzt nicht so gut aber wir können das Rathaus und beenden gleich jetzt guter Loot aber eigentlich habe ich es nur wegen des Donkles angegriffen so machen wir gleich neue Truppen so jetzt greife ich mal ne oh mein Gott wie knapp oha wie knapp ist er ich habe gedacht wir verlieren das eh aber es ist so knapp noch ja aber die Lufthin die Tesla die die Lakaien die Lakaien ein Lakaien oh die Lufthin die Lufthin oh die die Lakaien er hat keinen Tesla das ist voll gut für uns wir haben das eh gewonnen weil er keine Luftheinheit mehr hat oh mein Gott hä das dauert jetzt eine Weile das dauert jetzt eine Weile das dauert jetzt das dauert jetzt wir sehen uns gleich wenn wir das ehm zerstört haben das gleich jetzt sind wir wieder da leider haben wir nicht alles bekommen aber 85% reicht wir haben gewonnen gucken wir mal wie er sich geschlagen hat ein Riesen ah ne zwei Riesen ja meine Base ist halt voll gut und ja ich würde sagen wir graden den Punkt hoch und sehen uns morgen wieder ciao bis morgen morgen kommt special und jeden morgen kommt wieder Test of Dance also bis beim